Wie kannst du effektiv auf deinem Instagram-Account posten? Das ist eine Frage, die mir ungefähr tausendmal gestellt wurde von Leuten, die anfangen mit Instagram, aber auch von Menschen, die im unternehmerischen Kontext mit Instagram zu tun haben und ein bisschen mehr Entspannung brauchen in ihrem Instagram-Game. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sandra Staub. Ich mache Social Media Marketing mit meiner Agentur München. Wir machen Contents, wir machen aber genauso Werbeanzeigen und wir verfeinern das, was rauskommt bei deinen Inhalten. Und aus genau dem Grund, weil wir eben viel Content produzieren, muss ich heute mal so ein paar Basics aufräumen und einfach mal erklären, wie du auf Instagram posten kannst. Die meisten denken tatsächlich beim Instagram-Posten an das, ich muss das wohl vom Smartphone aus tun. Und das ist zum Teil richtig und zum Teil auch gleichzeitig gar nicht, weil du musst gar nichts. Und ich habe kurz, bevor wir jetzt loslegen, hier nochmal angefangen, so ein ganzes Video aufzuzeichnen. Es hat keinen Ton, deshalb gucken wir einfach kurz darüber. So sieht es aus, wenn du mit deinem Instagram vom Smartphone weg postest. Du siehst also, öffnen einfach mal unten, sieht man dieses Plus, dann geht man auf Beitrag und hier habe ich schon meine Grafiken reingeladen. Jetzt alles keine Magie bis hierhin. Ich habe jetzt eine Mehrfach-Grafik, das heißt, ich habe einen Slide-Post vorbereitet und dann klickt man immer oben rechts auf den Pfeil. Also es ist jetzt alles keine große Magie. Wichtig, ich arbeite nicht mehr im Quadrat, sondern im 4 zu 5, das ist Hochformat. Da muss man dann diese zwei Ecken anklicken. Und ja, man kann 10.000 Filter draufknallen. Ein wichtiger Fakt für mich ist immer, ein Filter macht ein Bild nicht unbedingt besser. So, und wenn man das dann hat und ein bisschen herumprobiert hat, dann werden einem gerne mal so neue Features eingeblendet. Du kannst jetzt Erinnerungen hinzufügen, alles nicht so wichtig. Hier würde oben jetzt ein Text dazugehören. Am besten bereitest du den kurz vorher vor. Und du könntest dann natürlich auch Personen markieren. Du kannst aber auch Unternehmen, also Standorte markieren. Du kannst natürlich auch Produkte markieren, falls du die in deinem Instagram-Shop drinnen hast. Und dann geht es schon los. Ich bin unten auf Beitrag planen gegangen, denn ich bin kein Fan davon. Montags um 8 Uhr aufzuspringen und plötzlich etwas posten zu müssen. Und hier siehst du jetzt, wie man das plant. Und dann kann ich dann einfach Datum und Uhrzeit eingeben. Und das veröffentlicht sich dann magisch quasi wie von selbst. Nun ja, das ist alles nicht so mega kompliziert. Ich bin übrigens ein großer Fan davon, dass man auch barrierefrei eingibt, welcher Text noch dort drinnen steht oder drinnen stehen soll. Und dann drückt man oben rechts auf diesen kleinen Pfeil. Und dann sagt er, ja, das wird jetzt an diesem Tag geteilt. Das ist die erste Art und Weise, wie du auf Instagram posten kannst. Ich denke, das kennen fast alle. Wenn du sie kennst, bitte tu mir einen Gefallen und schreib mal Variante 1 oder einfach nur eine 1 unten in den Chat, damit ich sehe, dass du das vielleicht schon kennst. Und dass wir da vielleicht auch nochmal tiefer eintauchen sollen. Und wenn du sagst, ja, kannte ich, aber funktioniert vielleicht bei mir nicht so. Ich kann absolut nachvollziehen, dass es nicht für alle Menschen genau gleich ist. So, und jetzt muss ich mal kurz mein Layout hier rumstellen und mich mal kurz kleiner ziehen. Denn jetzt hüpfen wir in die anderen Varianten rein. Das heißt, jetzt hatten wir gerade Posten vom Smartphone. Und jetzt schauen wir uns mal an dieses Posten vom Computer. Und zwar direkt, ich weiß, ganz viele haben das noch gar nicht entdeckt. Es ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Unten, also wenn du dein Profil aufrufst, dich auf Instagram anmeldest, auf deinem Computer, dann findest du an der rechten, also an der rechten Ecke steht da mal erst gar nichts. Und an der linken Seite hast du diese Navigation, die du jetzt hier siehst. Und da klicken wir mal auf Erstellen. Und dann kann ich folgendes tun. Ich kann jetzt hier meine, wupp, meine Fotos hinzufügen. Und dann füge ich die hinzu, wieder genau wie am Smartphone, was wir vorher im Smartphone fast forward gesehen haben, dieses Symbol unten an der linken Ecke. Und dann kann ich sagen, bitte zeigt es im 4 zu 5, also in dem Zuschnitt, wie ich das auch produziert habe. Und wenn du, so wie ich, jetzt mehrere Bilder hast, dann zeigt er dir auch dieses Symbol unten an der rechten Ecke. Und dann kann ich hier so durchhüpfen durch meine Inhalte. Und dann kann ich auf Weitergehen. So, und jetzt kann ich wieder mit Filtern hantieren. Wieder das Gleiche. Ein guter Filter macht ein schlechtes Bild leider nicht besser. Das ist eine Tatsache. Und deshalb hüpfen wir jetzt hier zurück. Und auch hier wieder die Bildunterschrift einfügbar. Ja, er sagt schon, markiere eine Person. Ja, ich brauche mich nicht selbst markieren. Das mache ich, wenn ich einen Reel habe mit jemandem, der im Podcast bei mir zu Gast ist. Und jetzt kann ich hier die Bildunterschrift einfügen. Weil ich ein gutes Kind bin, habe ich das hier mal vorbereitet. Ich habe hier mal so ein bisschen Text reingeschrieben. Und dann füge ich hier mal ein. Und da ist natürlich eine oder andere Fehler noch drinnen. Und da fehlt mal ein Komma. Da bin ich immer sehr dankbar, wenn mir mein Tool hilft. So, und eine Sache, die mir immer fehlt bei ganz vielen Leuten, ist, dass sie hier unten am Schluss keine hübsche Abschlussformel hinschreiben. Das machen wir jetzt mal. Also, los geht's. Welche Facts gibt es? Wir lesen uns in den Kommentaren. Ich bin ein Riesenfan davon, eine sogenannte Abschlussformel zu haben. Natürlich mal herzlich Sandra. Das mache ich schon seit fast zehn Jahren so. Das ist für mich jetzt normal. Du musst es nicht so machen, du kannst es aber so machen. Und du kannst natürlich deine Hashtags unten drunter schreiben. Oder du sparst dir einfach die Hashtags, weil es in diesem Fall nicht so wichtig ist. Das soll es nicht sein, worum es geht hier. Wie gesagt, mir ist eine Sache wichtig, nämlich Barrierefreiheit. Ich kann den ganzen Text, der da in den Post steht, auch hier als Alternativtext hinzufügen. Also, einfach als Text, damit Menschen, die nicht so gut Bilder sehen können oder die Probleme haben mit dem Lesen, dass denen das auch später vorgelesen werden kann. Finde ich immer super, super praktisch. Und ich kann auch so erweiterte Geschichten machen, wie die Kommentarfunktion deaktivieren. Also, wenn ich keine Interaktion will, warum auch immer. Das gibt es. Solche Menschen gibt es. Ich habe mir das schon erklären lassen, dass manche das ganz toll finden. Und ich kann natürlich auch die Gefällt-mir-Angaben ausblenden. Kann man machen. Ich würde es jetzt nicht tun. In meinem Fall hier. So. Und man sieht schon, jetzt kann ich nur hier oben auf Teilen klicken, oben an der rechten Ecke. Und wenn ich da drauf drücke, ist es zack, sofort live. Das ist aus meiner Sicht die zweite Möglichkeit, wie du auf Instagram posten kannst. Und das machen wir jetzt einfach mal nicht. Denn wir haben noch viel mehr dabei. Ja, verwerfen. Wir haben noch viel mehr dabei heute. Denn jetzt kommen wir zu der Variante, die ich persönlich für mein Business am liebsten verwendet. Du siehst es schon. Es ist nämlich die Variante mit der Meta-Business-Suite. Die Meta-Business-Suite, früher gab es da mal das Creator-Studio. Große Liebe für das Creator-Studio. Es hilft nichts. Es ist leider weg. Und wir kriegen es auch nicht mehr zurück. Deshalb arbeiten wir jetzt alle mit der Meta-Creative, also Meta-Business-Suite. Dort gibt es eben auch so ein paar Creative-Tools. Wir tauchen jetzt nicht allzu tief darin ein. Ich will es heute kurz halten. Ich möchte nur, dass du weißt, hier oben gibt es die Möglichkeit, einen Beitrag zu erstellen. Und das ist genau, was du brauchst. Nicht mehr, keine fancy Geschichten, keine mega komplizierten Sachen. Wichtig ist, Instagram auswählen. Dann Instagram muss verbunden sein. Ja, ich bin inzwischen so liberal und sage, wenn du einen Instagram-Post hast, der auch auf Facebook gut aussieht, nimm den, schleif den durch und fertig. Gar kein Problem. So, jetzt gehen wir hier drauf und machen wieder das Gleiche. Wieder hochladen. Man sieht hier wieder meine Bilder. Die laden wir hier wieder rein. Und er schlägt uns jetzt, das finde ich eben so an diesen Creative-Tools schon ganz nett, Er schlägt mir auch vor, dass er zum Beispiel jetzt sagt, hey, möchtest du da was hinzufügen? Zum Beispiel möchtest du einen Filter drauf machen? Möchtest du den Alternativtext für Menschen, die nicht so gut lesen können oder die es dann vorgelesen brauchen, weil sie zum Beispiel blind sind? Das kannst du auch hier einfügen. Und jetzt kann ich hier für jedes einzelne Bild machen. Ich könnte es auch zuschneiden zum Beispiel. Ich sage, oh, das ist viel zu hoch, das Bild. Das geht hier alles. Und jetzt haben wir wieder das Gleiche wie vorhin. Hier kann ich wieder meinen Text einfügen und dann könnte ich das planen. Und naja, nachdem ihr jetzt die Fehler wieder mit übernommen habt, weil ich es dann gleich kopiert habe. Und ja, dann sieht es so aus. So, und jetzt habe ich den großen Vorteil. Und das ist etwas, was ich als Social Media Manager sehr, sehr liebe. Dann habe ich nämlich wieder die Möglichkeit zu planen. Man sieht es hier unten schon. Und dann stelle ich mir einfach den Tag und die Uhrzeit ein, an dem es rausgehen soll. Bei mir ist es meistens sehr früh, sehr mittags oder sehr abends. Es ist super, super unterschiedlich. Und eine Sache, die mir ganz viele Social Media Manager lange Zeit nicht geglaubt haben, ist es, dass in diesem Fall die Facebook-KI sehr gut vorhersagen kann, wann nämlich meine Leute, meine Follower online sein werden. Und der sagt mir, morgen um 21 Uhr habe ich super Leute, da sind viele Leute da, 22 Uhr. Meine Leute sind Nachteulen. Das heißt, ich kann einfach draufdrücken und kann sagen, oh, mega gut. Dann, ja, dann bitte sei so lieb, morgen 21 Uhr speichern. Und sagt dir, okay, willst du noch was ändern? Und dann klicke ich hier unten auf Planen, auch wenn das Ding noch nicht perfekt und fertig ist. Und dann kann ich sagen, ja gut, plan das mal. Dann wird es veröffentlicht. Also für mich ist es offengesagt der Weg, den ich am häufigsten nehme. Wir planen alle unsere Posts für Kunden, aber auch für mich, für andere im Team immer so ein. Es ist tatsächlich für mich die effektivste Art und Weise, Inhalte auf Instagram zu teilen. Jetzt weiß ich nicht. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wer von euch macht das ganz ähnlich oder hat davon zumindest schon mal gehört. Weil ich weiß, das ist für ganz viele so ein bisschen strange und so ein bisschen, ja, ungewöhnlich. Ich gehe auch gleich mal weiter, während ihr in den Kommentaren euch kurz unterhaltet. Ich gehe mal gleich weiter und zeige das Nächste, nämlich Posten, nicht vom Computer, sondern von einem Tool. Nämlich einem Tool, das ganz viele kennen. Das habe ich hier schon auf. Das hier ist Canva. Ja, ich nutze das in der Pro-Version. Für alle, die Interesse haben, ich mache euch unten gerne den Link zu Canva rein, wo ihr euch angucken könnt, wie ihr das kriegen könnt. Und da ist ein Affiliate-Link, wo ich dann auch irgendwie ein paar Cent verdiene, wenn ihr es darüber euch holt. Wichtig ist, wir erstellen unsere Grafiken zu größten Teils in Canva. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil wir hier oben kollaborieren können. Das heißt, meine Assistentin bereitet etwas vor. Die nächste Assistentin sagt, hey, finde ich gut. Hier würde ich noch zwei, drei Sachen anpassen. Ja, und dann geht es ja gut für uns. Dann können wir auch im Team eben arbeiten. Und ich kann natürlich auch Canva als Planungstool nutzen. Das ist eine Sache, die mir persönlich lange, lange Zeit immer, wie soll ich sagen, unangenehm war, das den Leuten zuzugeben, dass wir nicht jeden Morgen aufstehen und das selbst irgendwie in die Welt posten. Aber hier gibt es den Punkt in den sozialen Medien teilen. Und dann kann ich mal Instagram verbinden. Ich habe das extra vorher ausgeschaltet. Direkt aus der mobilen App, da ist die mobile App von Canva gemeint, dass man es von dort postet. Und das gilt eben auch für Privatpersonen. Privatpersonen können ja die Meta-Business-Suite nicht nutzen, aber ich arbeite ja größtenteils für Unternehmen. Und deswegen sage ich immer, ich nehme hier Posts vom Desktop aus planen. Und ich finde es halt super schön, weil er mir jetzt reinlädt, ah, okay, welchen Instagram-Account hast du verbunden? Dann sage ich, den hier, genau. Und dann sagt er mir, hey, du kannst für jede Seite eine eigene Bildunterschrift schreiben. Finde ich schon mal ziemlich, ziemlich cool. Ich kann auch sagen, bitte fang doch besser mit der 2 an oder so. Und dann kann ich hier wieder meine Bildunterschrift einfügen. Und ja, dann fügen wir das doch mal hinzu, kennenzulernen. Übrigens eine Sache, die ich auch gelernt habe vor kurzem, ist, dass ich das häufiger machen soll. Ich könnte es jetzt sofort veröffentlichen. Hat den gleichen Effekt, dass würde ich das auch von Instagram am Handy machen oder würde ich das direkt jetzt vom Computer veröffentlichen? Nein, hier für spätere Veröffentlichungen planen, wieder Tag- und Uhrzeit eingeben. Ich habe aber natürlich keine KI, die mir sagt, du, am Donnerstag um 21 Uhr wäre gut. Deswegen, ja, kann ich dann hier auf Fertig gehen und dann sagt er mir, ja, Veröffentlichung planen. Und das wird dann abgelegt in den eigenen Ordner, wo ich dann auch reingucken kann. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Wurde nämlich auch gefragt vorhin gerade. Und dann sieht es so aus, da Inhaltsplaner. Da kann ich dann reinklicken und dann habe ich quasi hier drinnen, jawohl, da sehe ich das nochmal, so sieht es aus. So sieht die Geschichte aus. Ja, genau. Und wenn ich meinen Beitrag ändern will, dann kann ich ihn hier nochmal anpassen oder ich sage Beitrag löschen und dann ist er wieder raus aus meinem Inhaltsplaner. Nur weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele gefragt haben. Und als Bonus, ein Tool, das ich sehr, sehr liebe, weil ich es über dreieinhalb Jahre jeden Tag benutzt habe, auch für meine Kunden, Planoli. Vielleicht kennst du das noch. Planoli war eines der ersten Planungstools für Instagram und man konnte hier an der linken Seite so wirklich ganz schön Dinge planen. Hier siehst du noch ein altes Layout, das wir jetzt verwendet haben, damit wir heute was zeigen können. Und da sieht man, da kann ich auch viel besser meinen hübschen Feed planen. Dass ein hübscher Feed zwar hübsch ist, aber schon seit, naja, ungefähr zwei Jahren nicht unbedingt besser verkauft, ist, glaube ich, inzwischen bekannt. Ich habe hier sogar noch den Gratis-Account und damit kann ich auch definitiv so Dinge machen wie New Post. Dann kann ich hier, das wird er mir gleich irgendwo sagen, ja, du kannst nicht alles hier, aber ich lade das jetzt mal hoch und dann zeige ich das mal schnell, weil ich finde, das muss man auch wissen, dass es nicht nur ein Tool gibt. Es gibt ganz, 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 ganz viele. So, Upload as a Carousel. Das ist das, was wir möchten als Carousel-Post. Ich könnte es auch aus sechs einzelnen Posts hier rein donnern. Das ginge, das ginge. Ich bin persönlich kein Fan davon. So, und dann könnte ich da sagen, okay, cool. Hier oben mache ich dann meinen Text rein. Und, genau, Kennenlernspiel, kennenzulernen, ne? Man merkt, Fehler, die sich fortpflanzen. Genau, und dann kann ich sagen, autopostet Instagram. Er bietet mir hier sogar ein Quick-Schedule an, aber dann sagt er, hey, da musst du bezahlen dafür. Das heißt, ich kann einfach Tag und Uhrzeit wieder aussuchen und los geht's. Man sieht also, es ist keine mega komplizierte Sache, seine Instagram-Posts wirklich zu planen. Und ich weiß auch, dass ganz viele jetzt da draußen sagen werden, oh, das ist ein bisschen schräg, dass die das so machen. Ja, wir tun das. Und jetzt gucken wir ganz kurz zu den Kommentaren, weil ich finde es super, super spannend, was heute gerade reinkam. Die Frauke, hallo liebe Frauke. Wir kennen uns ja aus einer Ausbildung. Ich gehe üblicherweise auch über die Business Suite, finde ich am besten steuerbar, auch wenn es manchmal etwas buggy ist. Ja, das stimmt. Zur Meta-Business Suite muss ich sagen, die Meta-Business Suite hat einen Vorteil wie Nachteil. Sie gehört direkt zum Meta. Das heißt, manchmal passieren halt da Anpassungen, Änderungen viel schneller. Und manchmal hast du halt einfach einen technischen Hick ab und du kannst nichts richtig machen, weil der Fehler nicht bei dir liegt, sondern irgendwo in San Francisco bei Meta. Und das ist halt schon sehr, sehr nervig. Und sehr häufig werden meine Nerven davon sehr stark beansprucht. Übrigens, die Meta-Business Suite gibt es auch als Smartphone-App. Ich habe die aber nicht mal auf meinem Handy drauf, weil die zu 60 Prozent bei mir nicht funktioniert. Das heißt, mein Social Media ist etwas Vorgeplantes. Und das ist nichts, was so hoppla hopp per Zufall einfach passiert. Vielen Dank, liebe Frauke. Und ich wollte nur sagen, heute war mir mal ganz wichtig, dass wir wirklich mal zeigen, man kann mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wegen auf Instagram posten. Es gibt Wege, die sind einfacher vom Smartphone aus. Wenn du gerade im Zug sitzt, kannst du das direkt veröffentlichen, jetzt sogar geplant veröffentlichen. Und ich weiß, ganz, ganz viele nutzen das gerne, weil sie mir sagen, das ist so praktisch vom Handy aus. Ja, für manche ist es mega praktisch. Ich mag meine Druck- und Tippfehler lieber am Rechner ausmerzen. Und deswegen mache ich das lieber über die Meta-Business Suite. Und manchmal nutzen wir eben auch ein Tool. Und ich kann ganz ehrlich sagen, es gibt halt unterschiedliche Arten und Weisen, wie du posten kannst. Und genau daher war mir auch dieses Video heute mal ein persönliches, sehr großes, großes Anliegen. Oh ja, Frauke schreibt gerade, oh ja, Nerven und Meta, genau. Eine komplizierte Geschichte. Jetzt ist mir natürlich ganz wichtig, was willst du noch wissen? Wo hast du immer wieder Probleme? Und vor allem, bitte, ich sammle für einen neuen Post. Schreibt mir eure lustigsten Fehlermeldungen zum Thema. Und das ist wirklich so eine Sache, ich liebe es heiß und innig. Denn es gibt nichts Witzigeres, als das, was man so als Fehlermeldungen manchmal sieht, wo man sich denkt, hä, das war doch gar nicht mein Problem. Und da ist Meta wirklich Spitzenreiter, wirklich ganz, ganz weit vorne, was das angeht. So, ist auch genug von mir. Ich sage herzlichen Dank. Bitte tauscht euch gerne noch in den Kommentaren aus. Und ich muss jetzt mal einen Instagram-Post vorbereiten, denn der muss ja irgendwann mal raus. Ich habe ja wieder mal für mich selbst beschlossen, wieder aktiver auf meinem Instagram zu sein. Ihr könnt mir gerne folgen, wenn ihr Lust habt, at sandrastaub.de. Da bin ich zu finden. Und ich hoffe, wir sehen uns schon ganz bald wieder beim nächsten Video. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.